Ja hier ist die Zitronenernte. Die werden jetzt den ganzen Tag die Zitronen gepflückt und mit großen oder kleinen Lastwagen abgeholt. Schöne große Zitronen, ob ihr das seht. Hier sind auch noch Plantage, drüben ist nur abgehangen. Ganz viele Zitronen, ganz viele Zitronen. Zitronen, so weit das Auge reicht. So sauer kann man gar nicht werden, wie die Zitronen hier schmecken. Die Zitronen, die Zitronen, die Zitronen. Zitronen, die Zitronen.